Am 8.9.2015 habe ich das letzte Mal Happy Wheels gespielt. In diesem Level ist fast alles mit Glas gebaut. Sei lieber vorsichtig. Verdammt! Das ist einfach schon über 8 Jahre her. Und jetzt, meine Damen und Herren, sind wir wieder zurück und damit Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Wheels. Oh Leute, ohne Witz, dieses Spiel hat die Anfangszeit zusammen mit Minecraft echt meinen Kanal geprägt. Und ich habe jetzt hier schon zack, bisschen sortiert. Also die Level, die am krassesten gespielt wurden. Auch die Ratings sind geil. Erstens, wenn ihr Bock habt auf mehr, schallert gerne den Like rein. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr es vielleicht damals schon geguckt? Und was man auch machen könnte, wenn ihr Bock drauf habt, dass man wieder Paluten-Level zockt? Denn das war das, was ich damals wirklich die meiste Zeit gemacht habe. Hier habt Level gebaut und ich habe die gedaddelt. Das war mega cool. Also Leute, schreibt eure Meinung rein und wir gehen ebenfalls rein. Von Mendingle. Rate 5, please. Ja, weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Denn Rope Swing Speedrun. Rope Swing ist immer... ist immer geil. Zack. Oh ja. Oh ja! Der Junge hat nichts verlernt. Oh, ich halte mich kurz fest. Ziel des Spiels ist es, einfach ins Ziel zu kommen. Und das Ding ist, man muss überleben. Das hier... es kann manchmal ziemlich... ziemlich schnell vorbei sein. Ja. Oh, Paletto. Alter, du bist die Maschine! Du bist der... Ho... hoi... jawohl. Aua, oh Gott! Jawohl, Junge. Diesen Sound habe ich vermisst. Dieses... Gut, ich schalte die Ratings rein. Super. You must be logged in to vote. Ja, schau rein. Happy... Heavy Weapons Guy. Okay. Was passiert hier? Hallo? Oh! Alter! Was geht ab, Leute? Ich bin's Paletto. Moin! Guten Tag. Ja, ich muss hier einmal... Ich muss hier einmal ganz kurz durch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss hier durch. Er hat... er hat keine Munition mehr. Ja, schade. So, bist du da? Oh ja. Ja, okay. Er ist da. So, wir werden jetzt einfach mal die ganze Zeit ballern, damit wir uns den Weg hier freimachen. Ich will... Ich brauche den Sound, Leute. Wir brauchen den Sound. Entschuldigung. Ich bin der Typ mit... Ja. Hallo. Moin, Leute. Moin, Leute. Und da ist es auch nicht mal. Nichts gehört. Komm. Exit to menu. War ganz interessant. Pogo... Oh, Pogo-Fight kenne ich auch noch irgendwo her. Ah ja. Ja, da muss man... Stimmt, man muss über die rüber springen. Wupp. Nein. Hallo. Genau. Ja, ja. Die erste hat nämlich nur so eine Flasche in der Hand. Aber der zweite hat so ein Fleisch am Messer. Freaking Timmy. Timmy. Mach nicht. Ah. Ich hab... Und der Weihnachtself. Nein. Oh. Timmy. Ah. Nein. Was ist hier passiert? Na, das tut mir leid, Timmy. Baluten. Was soll das? Ja, Timmy. Du steckst doch an meinem Arsch. Timmy. Was soll denn der Mist? Ja, Timmy. Mann, da vorne ist noch deine Mutter, Alter. Sie... Sie schwört Rache. Huah. Ja, Frau... Frau... Oh. Okay. Tut mir leid. Das... Das war's. Oh. 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 Okay, kein Problem. Warte, wir müssen einfach... Wir müssen hier einfach richtig gut drüber springen. Oh, ja. Guckt euch diesen Pogo-Jumper an. Er hat nichts verlernt. Ah. Oh. Ja, ja, ja. Guck mal an. Oh. Ey, leg an. Oh. Ja. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Ah. Ah. Okay. Es steckt doch nicht mehr drin. Oh. Warte. Mann, der Junge hier, der nervt. Oh. Oh, sorry. Ja, warte. Oh, ja. Ah. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Perfekt. Ah. Was ist der mit der Axt? Oh. Oh. Was war das denn gerade? Okay. Oh. Sorry. Warte mal. Ich könnte... Oh, ja. Oh, das ist perfekt. Das ist perfekt. Hopp. Nein. Ah. Okay. Wir sind da. Ah. Sie hat... Sie hat so ein... Oh. Ich schaff das. Ich schaff das, Leute. Nein. Oh. Okay. Alles gut. Da vorne ist schon das Ziel. Ja. Warte. Warte. Oh. Nicht meinen Kopf brechen. Nicht meinen... Oh. Oh. Na. Ah. Ah. Nein. Ah. 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 Da muss man den Ball... Oh. Den Ball da so durch. Ja. Oh. Das ist an sich... Oh. Das ist an sich ganz cool gemacht. Ja. Es ist auch gar nicht... Es ist nicht so... Es ist nicht so einfach. Ja. Sehr gut. Ja. Oha. Paletto. Jetzt. Ne. Das war... Das war Mist. Ja. Ja. Rein. Rein da. Nein. Flieg doch nicht immer wieder zurück. Ja. Ja. Oh. Warte. Ja. Nein. Falsche Richtung. Mann. Paletto. Ne. Ah. Jetzt habe ich... Ich habe den Ball fallen gelassen. Ich trottel. Nimm wieder... Oh nein. Jetzt nimm doch den Ball. Du musst den Ball wieder nehmen. Äh. Ne. Ja. Ich habe den... Ich habe den Ball wieder. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Wir sind da. Wir sind da. Jawoll. Let's go. Pogo Fight History. Oh. Es ist wieder so ein Pogo Ding. Dein obdachloser Freund sagt dir hallo. Was geht? Dann ist da so ein Typ, der mich hasst. Oh ja. Da gibt es viele. Warum? Aber ich habe ihn ausgeschaltet. Ausgezeichnet. Oh. Mein... Mein Zwilling. Der meine... Der meine Freundin geklaut hat. Ja. Was viele nicht wissen. Ich habe ja einen Zwilling. Einen bösen. Oh. Oh. Was soll das denn jetzt? Oh ja. Äh. Wer bist du? Ah. Mein eifersüchtiger Vermieter. What? Bats. Oh. Das war ein guter Kick. Wer ist das da unten? Oh. Meine Ex. Ja. Aber gegen die... Gegen die habe ich ja gar nichts. Die haben... Die haben mir nichts Böses getan. Außer mein Herz gebrochen. Äh. Ein Typ, der uns verarscht hat. Nein. Nein. Oh. Oh, Alter. Wie ich ausgewichen bin. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt müssen wir unseren... Warte. Schlangentechnik. Das ist die weltbekannte Schlangentechnik. Jetzt müssen wir unseren Vater befreien. Papa, ich komme. Papa, ich befreie dich. Und da ist der Victory. So. Neon-Pogo-Fight. Viele Pogo-Fights. Da würde ich mal sagen, da gehen wir mal weiter. Oh. Ein Sword Throw. Die sind auch geil. Ja. Jetzt hier muss man alle Leute mit den Schwerdern fertig machen. Und das ist echt gar nicht so einfach. Oh ja. Das Ding ist, uns gehen wahrscheinlich irgendwann die Schwerder aus. Kriegen wir noch mal extra Schwerder? Irgendwie nicht. Okay. Wir müssen sparsamer mit unseren Schwerdern umgehen. So. Den haben wir. Ach so. Guck mal. Ah. Wir kriegen erst Help. Oh. Jawohl. Jawohl. Wir haben extra Schwerder. Jetzt müssen wir... Oh. Die... Ah. Oh ja. Jetzt nur noch Mängels Mutter. Ah. Das könnte schwer werden. Oh. 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 Das ist der... Nein. Nicht so viele. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie wir sie getroffen haben, aber da ist der Sound. Ein Cowboy-Duell. Hier ist die Bank. Start. Muss ich Start drücken? Ah. Was ist denn hier los? Hallo. Muss ich schießen? Junge, wie haben wir denn das gemacht? Guck mal. Ich schieße einfach. Zack, Alter. Ich bin wie Lucky Luke. Ich bin schneller als mein Friggin' Schaden. Bap. 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 Easy. Kommt da noch einer? Oh, Alter. Guck. Oh, Alter. Er schießt. Wapp. Okay. Hab ihn. Krieg ich. Nein. Vielen Dank. Oh, nochmal ein Rope Swing. Oh ja. Oh. Oh. Ja. Gute Flugkurve. Sehr nice. Hier abdötzen. Der Backflip. Und runter. Oh. Ja. Ja. Oh, guck mal. Also Rope Swings. Muss man sagen. Die, die kann ich noch. Ja, gut. Stimmt. Es gab auch immer die Minen. Die habe ich schon wieder vollkommen vergessen. Ja, man muss hier, beim Rope Swing ist wichtig. Ich. Nein. Au. Au. Aui. Oh, die Harpoon. Es ist ja wirklich pure Nostalgie. Kennt ihr noch die, die... Es gab auch so ein... Wie heißt das? Harpoon-Ding? Da musste man immer den... Au. Den Harpoon ausweichen. Und Minen. Die Junge, die konnten einen auch so zur Verzweiflung bringen. Gute Zeit. Ohne Witz. Zack. Oh. Aua. Okay. Jetzt, Paletto, du musst dich jetzt mal konzentrieren. Du weißt doch, wie es geht. Du bist doch der... Oh, guck mal, Alter. Das war jetzt schon ziemlich flawless. So, aber jetzt hier runter. Zack, genau. Oh, ja. Zack. Nein. Easy. Easy, easy. Okay. Wir machen es. Wir machen... Oha. Oha. Jetzt geht es ab. Ich sage, der ist ein guter Try. Hier muss ich halt den... Hier muss ich den Jump gut... Ah. Ah. Ah, komm. Warte mal, aber wir können auch da so runtergehen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Jawohl. Ah, warum denn dein Arm? Junge, mit einem Arm ist... Okay, wir probieren es trotzdem mit einem Arm. Ah, ah. Alles klar. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Ach du. Lebe deinen Traum, denn du lebst die Gefahr. Alles, was richtig ist, wirst du entscheiden, wenn die Zeit gekommen ist. Ja. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Palais, du schaffst es, das ist doch klar. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit... Jawohl, gekommen ist, ja. Lebe, warum ist da was explodiert? Hilfe, meine Nase juckt. Oh ja, geh runter, geh runter, geh runter. Ja, und was passiert jetzt? Ich weiß nicht, was... Achso. Oh, okay. Ja, easy. Nicht sterben. Nicht sterben. Genau, leg dich so hin. Das ist perfekt. Leg dich so hin. Grab, grab. Ich grab... Nein. Nein. Grab... Bitte, bitte reiß ihn mir nicht ab. Reiß ihn mir nicht ab. Let's go. Ich lass. Let it go. Let it go. Oh, ein Final Swing. Nein. So. Brudi. Jetzt. Verliere nicht... Oh, warte. Oh, das sieht jetzt hier aber schon wieder ganz haarig aus. Oh ja. Nicht deinen Arm... Oh, du hättest beinahe schon wieder deinen Kopf verloren. Du Kranker. Eben schon wieder. Oh, Alter. Okay. Okay. Alles easy. Ja. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Oh. Ja. Warte. Ah. Richtig fallen. Ne. Oh. Oh nee. 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 Das ist nicht gut. Das ist... Du bist so ein Müll. Warte, warte, warte. Jetzt kommst du wieder. Sehr gut. Genau. Swing it. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Paletto. Sehr gut machst du das. Jetzt. Aufpassen. Ja, lass dich ruhig nochmal zurückschwingen. Lass dich ruhig nochmal jetzt... Hände nach oben. Hände nach... Oh ja, 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 sehr gut. Sehr gut. Du bist ne Maschine. Du bist ne Maschine. Du musst jetzt nur lernen, wie man hier richtig reinfällt. Wie man hier... Und das weißt du nicht. Oh. Ja. Ja, warte. Oh, doch. Oh, das weißt du. Weil du bist der Auserwählte. Let's go. Oh, Junge, 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 Junge. Boah. Ja. Junge, die war noch immer geil. Ja, man hat so Sachen. Ja, da passiert nix. Und je nachdem, wo man die Sachen reinwirft. Wupp. Guck mal, jetzt zum Beispiel Unlock Win. Und jetzt können wir das in den Win reinwerfen. Oh, Hobo. Okay. Und jetzt, zack. Ja, warte, wir haben noch zwei Bälle. Den, den mach ich rein. Wupp. Ja, toll. Ich hab jetzt aber keinen Ball mehr. Hop. Okay. Wupp. Ja, help. Okay, Death ist schon mal weg. Oh. Ja, aber wir müssen Unlock Win. Dieses Help bringt uns nix. Schaff. Oh. Oh. Aua. Okay. Harpune ist nicht so gut. Überraschung. Oh. Warte mal, ich muss die mal, genau, ich muss die mal. Die rollen, warte mal, wie schaffe ich es denn, dass die da nicht alle so hochrollen? Oh, so ist gut. Oha. Help. Warte mal, genau, den werfe ich lieber da so wieder zurück. Ah, jetzt fällt, ach, komm. Hopp. Hopp. Okay, den haben wir komplett rausgeworfen. Unlock Win und jetzt rein in den Win. Wupp. Alter, mit Ansage, let's go. Geiles Ding. Geiles Ding. Oh, Stairfall. Ja, ja, genau. Mit ihm musste man das, glaube ich, machen, oder? Oder war das mit dem Vater? Man muss halt hier einfach nur die... Oh. Ja, man wird... Das Problem, man wird... Immer... Immer... Schneller. Ich glaube, mit dem... War das mit dem Opa? Weil mit dem Opa... Aua. Kann man ja... Ja, genau. Das ist nämlich... Ah. Easy. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, wir fliegen gut. Okay, alles klar. Komm schon, Opa. Genau. Oh ja. Oh, er macht es. Junge, wir landen im Ziel. Jawoll. Oh, hallo, Paletto. Hallo, Timmy. Was geht? Ach, Paletto. Ist ne gute Zeit mit dir. Ah. Paletto. Mein Kopf fehlt. Ja, ach komm, Timmy, Alter. Ich mochte dich eh nie. Und da ist der Victory. Oh, Plane Crash. Oh Gott. Ach so, wir sitzen alle in dem... Oh Gott. Ja, bitte. Oh Gott, das Eis. Ich bin zu jung. Ich bin zu jung, Mann. Ich bin auch zu jung zum Draufgehen. Bitte. Ich versuche, auf seine Leiche zu landen. Oh, oh. Da hat es schon einige erwischt. Oh, 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 ja. Und da ist der Victory. Perfect. Ich war super. Oh, Harpoon Run. Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Da schießen die ganze Zeit so Harpoon raus. Genau. Und man musste ihn so ausweichen. Au. Ja, die eine hat mich ein bisschen erwischt. Oh, da kam noch... Au, au. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich habe zwar... Ich habe drei Harpoon. Oh. Okay. Das war's. Timmy. Hallo, Paletto. Wie geht's? Ach, mir geht's gut, Timmy. Du bist mein Schutzschild, okay? Natürlich, Paletto. Ich bin immer für dich da. Ich bin... Ja, du bist meine Nummer eins, Timmy. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Ah, diese ganzen alten Dinger von früher, Junge. Castle Attack? Oh, mit der Mutter. Was? Oh Gott. Okay. Mutti, attackier die. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben das Königreich zerstört. Ein... Oh, Slap. Wird man da nicht so... Ah, ja. Äh. Was muss ich machen? Achso, warte. Ich muss den Opa... Ach, nee, warte. Ich muss den Ball nehmen. Der Opa verteidigt das. Warte, hier. Ah. Zack. Und... Ah. Fast. Okay. Ich kriege das hin. Wir nehmen den Ball. Und... Oh, ich habe den Korb nicht getroffen. Ist egal. Hauptsache Victory. Oh, ein BMX-Park? Cool. Oh, ja. Äh. Fast. Ich wollte eigentlich... Okay. Timmy, es tut mir leid. Ich bin scheinbar nicht dabei. Oh, ja. Sehr gut. Zack. Oh, ja. Das waren auch immer coole Level. Stimmt. Jetzt weiß ich... Man konnte so links und rechts... Dann kann man damit so ein bisschen fliegen. Stimmt. Guck mal hier. Warte mal ab. Guck mal. Und... Hopp. Ja, ja, ja. Das habe ich jetzt zwar ein bisschen in die falsche Richtung gemacht. Okay, slow. Ja, ich bin ganz slow. Ja. Oh, Dual Wheelie. Habe ich. Sehr gut. Den ersten Stern. Hier durchballern. Perfekt. Und... Das Ziel. Pogo Fight Videospiel. Als ob... Junge, einfach ein Creeper. Stimmt. Da gibt es bestimmt auch mittlerweile... Mittlerweile voll viele... So... Auch Minecraft Level. Aua. Oh. Nein. Nein. Die verfolgt mich nämlich. Das ist so eine... Okay, hier kommt das Skelett. Easy. Noch ein... Aua. Noch ein Skelett, bitte. Lass mich. Aua. Okay, warte mal. Warte mal. Alles gut. Das kriegen wir hin. Zack. Oh, ja. Zack. Oh, sehr guter Jump. Nichts passiert. Enderman. Kick. Perfekt. Oh, da vorne. Ja, das ist das Problem. Diese Mine. Beziehungsweise, das ist so eine Suchmine. Oh, er hat mir meinen Diamanten geholt. Kein Problem. Einfach ein... Ach, das soll ein Lucky Block sein. Jetzt müssen wir hier auf... In dieses Pilz-Biom. Was? Entschuldigung. Was war das gerade? Hinter uns? Oh, ich habe so ein bisschen... Moment. Ach, Gott. Wah! Batz. Okay, die Creeper darf man... Oh, gar nicht erst berühren. Habe ich auch nicht gemacht. Sehr nice. So, jetzt hier vielleicht bei dem... Bei dem Sprung. Nicht wieder den Kopf verlieren. Sehr nice. So, warte mal. Über die beiden springe ich rüber. Alle hopp. Oh, perfekt. Sehr gut. Und Schlangentechnik ins Ziel. Die Schlangentechnik. Ihr kennt sie. Und... Papa... Auf der Toilette. Oh, was ist? Time to school? Ah, ach so. Ah ja. Timmy, ich bring dich jetzt zur Schule. Ach ja. Goodbye, Hadi. Goodbye, Sun. Ach ja. Ach, Palettos. Es macht immer so viel Spaß, wenn du mich zur Schule bringst. Ja, Timmy. Gar kein Ding. Ah, guck mal hier. Da sind wir mit deiner Mutter und machen ein kleines Picknick. Ach, ich liebe Picknicks. Mit dir ist sie immer cool. Wer ist die da unten, Paletto? Ach, ich habe noch ein Kind. Noch eine Familie. Wie bitte? Ne, warte mal. Von meiner... Ne, warte. Timmy ist ja gar nicht mein Kind. Okay, da gibt es irgendwie einen Sale. Ich meine, Timmy lebt noch. Das ist gut. Das ist wichtig. Und auch richtig. Ah ja. Warte mal. Presssteuerung. Ach so, ich soll meinen Sohn wegwerfen. Sehr gut. Perfekt. Einfach Timmy weggeworfen. Was ist ein Blue Run? Ach ja. Bottle Runs. Junge. Stimmt. Die waren immer cool. Da musste man halt auch so. Da hat man das, glaube ich, immer ganz gut gelernt. Oh, warte. Was ist? Please. Junge. Keine Ahnung, Mann. Ich hab... Bist du dumm? Weißen. Ich hab... Ich hab doch nicht zugehört. Okay, kein Problem. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, ja. Und geschafft. Please only click one. Ja, dann mach ich die Mitte. Ah, okay. Oh, Harpunen. Perfekt. Und... Was? Oh, es war ein Fake. Ah, nice. Leute. Ich würde sagen, das war's. Mit einer Runde Happy Wheels. Wenn es euch gefallen hat, ihr Bock auf mehr habt. Ihr Bock auf zum Beispiel Paluten-Levels habt. Dann schallert gerne ein Like rein. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei, falls ihr einen kleinen süßen Mini-Paluten haben wollt. Inklusive einem persönlich von mir unterschriebenen Autogramm. Die Autogrammkarte. Ja, warte, hier hab ich meine Sachen drauf geschrieben. Das ist die Autogrammkarte. Hier unterschreibe ich dann immer. So, Leute. Ey. Ich hoffe zu labern. Fettes Dankeschön. Euch noch einen schönen Tag. Die Autogrammkarte.